Hallo ihr Lieben! Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid und noch viel mehr freuen wir uns, also auch die Hanna und ich, dass wir seit gestern in der Musikschule wieder fast alle Kinder unterrichten dürfen. Wir dürfen zwar noch nicht zu euch in den Kindergarten kommen, aber ihr dürft zu uns kommen und ich hoffe und wir hoffen sehr, dass wir ganz viele von euch diese Woche wiedersehen. Einige sind vielleicht noch vorsichtig und bleiben lieber zu Hause, aber wir freuen uns über jeden, der kommt und wollen mit euch zusammen Musik machen. Aber heute gibt es trotzdem wieder ein Lied von mir und ich habe ein Lied rausgesucht, wo ich weiß, dass alle unsere Kinder lieben und das am liebsten tausendmal hintereinander singen. Irgendwie hat das Lied auch kein richtiges Ende und mal gucken, ob ich ein Ende finde. Die Jahresuhr. Januar, Februar, Metz, April, die Jahresuhr steht niemals still. Januar, Februar, Metz, April, die Jahresuhr. Die Jahresuhr steht niemals still. Mai, Juni, Juli, August weckt in uns allen die Lebenslust. Mai, Juni, Juli, August weckt in uns allen die Lebenslust. September, Oktober, November, Dezember und dann und dann fängt das Ganze schon wieder an. Januar, Februar, Metz, April, die Jahresuhr. Die Jahresuhr steht niemals still. Mai, Juni, Juli, August weckt in uns allen die Lebenslust. September, Oktober, November, Dezember und dann und dann fängt das jetzt nochmal von vorne los. Kannst du denn auch schon alle Monate in der richtigen Reihenfolge? Ja komm, dann gib nochmal alles. Januar, Februar, Metz, April, die Jahresuhr steht niemals still. Januar, Februar, Februar, die Jahresuhr steht niemals still. Mai, Juni, Juli, August weckt in uns allen die Lebenslust. September, Oktober, Oktober, November, Dezember und dann und dann fängt das Ganze schon wieder von vorne an. Wenn du das nochmal von vorne hören möchtest, dann schau das Video einfach nochmal an und nochmal. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und wie gesagt, wir freuen uns auf jeden, der diese Woche in die Musikschule zu uns kommt. Denn wir haben euch alle auch sehr vermisst. Tschüss! 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 Tschüss!